gino berg meine freunde was geht ab willkommen wieder auf meinem kanal man hat kennt ihr eigentlich schon den dem planeten und das ist der planet der planet in meinem schlafzimmer das hier ist der planet in meinem schlafzimmer wer kann den von euch schon einmal in die kommentare eigentlich wollte ich was ganz anderes zeigen dass man hier wartet ich habe mir nämlich bzw liebe grüße an meine muri danke mama meine muri hat mir hier so schlafdecken gebrennt und die sind so extra dick die sind so wie die hier so dieses stabile danke ich bin auch schon hier willkommen schlimm schlimm was macht meine augenbrauch hier eigentlich ist auch feier dass man was poppin boys mit der maske mit maske jetzt erstmal bisschen city park unsicher machen mit meiner freundin ich habe auch safe hier warte man sieht schnell fk hosen weil ich will mir ein paar neue jeans kaufen weil ich bin so fan von blauen jeans also helle jeans aber problem ist ich habe keine mehr und jetzt muss ich ein bisschen hier neu kaufen so jetzt gehen wir erst mal ein bisschen chili zu hauen dann guck mal hier ist es dick essen guck mal hier lecker lecker wie sweet ja ich komme runter danach guck mal hier für die kleinen für die kleinen haben wir das guck mal wie klein ist das mickey mann miki stricke so was haben wir erst mal jeans gucken seien wir ehrlich sowas ist auch frisch ne ich will sowas feiere ich richtig versteht mir seid ehrlich ich habe so segel aus deswegen so steht mir nicht so geil erst mal jeans ich brauche helle freshe jeans hier guck guck mal nein sowas bei sowas sehe ich mich da sehe ich mich wisst ihr wie man diese hose hier nennt wisst ihr wie man diese hose hier nennt das ist eine schnellfickerhose eine schnellfickerhose guck mal das habe ich jetzt alles hier favorites bis jetzt dieser hier hat diese hose könnte krass werden ich könnte ganz krass werden ich bin einfach nur eine geile hose kennt das nicht einfach eine nur einmal im jahr shoppen gehen das ist für winter schon mal eingekauft einfach so ein ding einfach so ein ding muss man auch so ein schuh rausholen erstmal mit der hand komplett rein und rausholen aus prinzip würde ich den schuh schon nicht mehr kaufen ich habe mir jetzt drei kugeln eis holt eine erdbeere mango maracuja und was noch zitrone das gleiche ich hab auch das gleiche wie du echt ganz edel angelehnt hier noch den hier gegönnt und den hier für ps3 urgen ihr wisst bescheid waren wir dick shoppen normalerweise gehört sich das andersrum dass der man das trägt aber ich wollte einfach nur das mal einfach filmen ab nach hause hat sich gelohnt fett shoppen gewesen hat sich dick gelohnt jetzt ab nach hause ab nach hause ab nach hause ab nach hause zack warte das ist schwer das ist schwer das ist natürlich viel schwerer als meine man ich geh auch nicht so oft shoppen wie du ich geh nur einmal ab nach hause ab nach hause ab nach hause ab nach hause war geiler tag jetzt hab ich den schönen z obtain ich hab noch mal was mit einer freundin gemacht Content wird trotzdem nicht vernachlässigt und deswegen lieb ich meine freundin weil sie das einfach mit sich ergehen lässt und tschihajnohann maski drunter mit dem schmörrallah wir hören uns männer Ciao, ciao.